Ich versuche herauszuhängen, wie ich hier ein Spiel drauf bekomme. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Let's Play World of Warcraft. Und wie ihr schon gehört habt, bin ich nicht ganz alleine. Nee, der gute Alex ist im Team Speak. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, man hört dich. Im schlimmsten Fall werde ich dich im Nachhinein ein bisschen lauter mixen. Das ist ja gar kein Problem. Zum Let's Play. Wir sind immer noch in dem heulenden Fjord mit Level 71. Krass, ey, ich bin mit dem Let's Play Schar schon 71. Ist so übel, oder? Ja, das läuft schon ganz gut. Ja, ich überlege gerade. Weißt du, ob es in der Drachenöle schon Quest gibt? Oh, ich habe keine Ahnung. Dafür habe ich echt so lange kein WoW mehr gespielt. Ich bin ein bisschen raus. Ja, Alex ist ein bisschen raus. Er hat nämlich mit WoW aufgehört, so traurig das ist. Ja, was heißt aufgehört? Ich lege mal eine längere Pause ein. Ja, ja. Weil mich der Content nicht mehr anspricht. Ja, das stimmt wohl. Und ich bin gerade ein bisschen überfordert, was ich hier machen muss. Oh, ich darf zwergische Fässchen sammeln. Das ist ja cool. Man merkt, selbst in Videospielen dreht sich alles nur um Alkohol. Natürlich. Wird das nicht, wenn man bei irgendwelchen Zwergen landet, ne? Ja, ja. Ja, ja. Das sind hier so verwirrte Zwerge. Verwirrte Zwerge. Ja. Oh, ich darf zwölf verwirrten Zwergen das Hirn rausnehmen. Das ist ja witzig. Nett. Ja. Ich bin mal wieder am Überleben. Momentan spiele ich ja Feral hier mit dem Let's Play Char. Aber ich bin am Überlegen, ob ich nicht mal wieder auf Eule umspeckel. Weil ich hätte auch mal wieder Bock auf Eule, aber das ist so ein bisschen meh zum Leveln. Ja, das stimmt wohl. Man hat ganz kurz auf die Qualität. Die Smaragd-Edition spiele ich hier im Moment, ne? Ja, ich spiele momentan die Smaragd-Edition. Alles klar, schön. Danke. Weil Alex und ich sind große Pokémon-Enthusiasten. Ey, ohne Witz hast du den Trailer zum neuen Pokémon gesehen? Nee. Es kommt jetzt ein neues Pokémon raus Ende des Jahres, also im November. Und eigentlich würde ich mir dafür auch wieder ein DS zulegen. Ich häng sowieso voll gerne ein DS. Ich hab in Berlin relativ viel drauf gespielt und es macht einfach Spaß. Ja. Wie schaut's denn aus? Habt ihr mobile Konsolen? Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Weil so ein mobiles Ding, ich mein, ich hab auf dem Handy einen Gameboy-Emulator. Das macht schon Bock. Aber so ein DS ist dann noch mal was anderes, ne? Mhm, das stimmt. Gerade auch für die neuen Titel, die dann immer erscheinen. Also ich hab Persona gespielt. Das hatte ich vorher noch nie gespielt. Und das macht mega Laune einfach nur. Persona ist auch so ein rollenbasiertes RPG, ne? Ja, das ist ziemlich viel Text und Dialoge und soziale Kontakte pflegen und so. Aber es ist auch sehr grindlaskig und da geh ich voll auf oder sowas. Ja. Ja, Persona war, glaub ich, das ist schon eine ziemlich alte Reihe, so wie ich das mitgekriegt hab. Ja, ja. Das gibt's schon ewig. Boah. Ach, ist ganz witzig, hier die Zwerge umzuhauen. Das geht sogar recht flott. Ach, sei ruhig. Hab wieder Lust auf EOW bekommen. Ja, ich weiß. Und da guck ich so, hm, wann kommt das Erdung raus? Aha, okay. Interessant. Da bin ich grad voll in meiner Ausbildung. Da hab ich nicht so viel Zeit. Ja, das ist ein bisschen blöd. Aber naja, was will man machen, ne? Eben. Also ich bin ganz happy noch mit meiner Gilde. Ich freu mich ja extrem auf Challenge-Mode heute. Das wird richtig witzig. Für die Leute, die es nicht wissen, es gibt in WoW einen sogenannten Challenge-Mode. Und dann machst du dann, da kriegst du, äh, da wirst du runtergenervt auf, glaub ich, Gegenstandsstufe 630. Und, ähm, bekommst keine Z-Boni. Ich glaub, die Sockel zählen nicht. Verzauberung zählen, aber... Oh, ich komm sofort wieder später anrufen. Jo. Und, also, da wird man runtergenervt und skaliert. Und dann muss man ne Instanz in ner gewissen Zeit machen. Und das ist halt, wie der Name schon sagt, ne echte Challenge. Mensch. Ist aber mega witzig. Also, ich freu mich drauf. Und wir versuchen heute mit ein paar Leuten aus der Gilde, äh... Ups, äh. Ach, Freizaubern war ja auf meiner eigenen... Auf meiner eigenen Skills. Ich vergaß. Ja, und ansonsten, ich hab's ja auf Facebook schon angekündigt. Übrigens lohnt es sich auch wirklich auf Facebook mal vorbeizuschneiden. Ähm, weil der liebe Alex wird bei mir auf dem Kanal mit einsteigen. Und dann wird es von ihm auch Videos geben. Was genau? Das müssen wir noch ausklarbustern. Ich kann schon so viel verraten. Es wird ein wenig musikalisch. Und da freu ich mich schon sehr drauf. Jo, und des Weiteren machen wir hier weiter unsere verwirrten Forscher. Übrigens ein cooler Name dafür. Ah, das dürfte jetzt auch der letzte sein. Genau. Sehr schön. Was haben wir denn noch für Quest? Brennescore und Brenne. Achso, ja. Das war irgendwie Buggy. Da haben wir irgendwie... Äh... Wir können's ja nochmal gucken, ob der Questgeber jetzt da ist. Weil eigentlich... Hier die Quest brechen wir mal ab. Jo. Und ich hab auch mal wieder Lust auf eine Innie. Nee, also wir werden bestimmt demnächst auch in einer Folge mal wieder eine Instanz machen. Weil gerade auch die Instanzen in Northrend sind ziemlich cool. Und das bringt uns auch so ein bisschen Level-Advantage. Also, da leveln wir ein bisschen schneller durch. Und weil ich will auch... Ich hab so hart Bock dann auf Legion. Nur, das werden wir zeitlich nicht hinbekommen. Leider, leider. Aber, jo. Mal schauen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, sicher doch. Ah, du bist wieder da, WB. Ja. Wer hat den angerufen? Die Marie. Ah, okay. Was haben sie gesagt? Äh, sie hat nicht alles daheim für den Galat, ob sie den bei uns fertig machen kann. Also, ja. Weil wir grillen gleich noch schön. Was haben wir denn hier für solch der Frühkühl beseitigt? Probier jetzt nochmal hier die Quest. So manche Quest irgendwie hab ich so im Gefühl, dass die noch Buggy sind. Ich? Ja. Okay. Ja, das kann passieren. Ärgerlich ist es aber nur, ich hab mal so wie gesehen, da hat einer den Iron Man machen wollen. Und ist dann gestorben, wann der Quest gebracht hat. Okay. Da sollte der irgendwie so einen Boss umhauen. Und eigentlich hatte man so vier Begleiter dabei, die einem halt helfen. Er pohlt den Boss. So, jetzt machen sie noch was. Und irgendwann haben sie auf einmal aufgehört. Ja, der war auch richtig happy. Ja, das glaub ich. Da war da schon so ein Level, oh, keine Ahnung. Pang, fünf Kisch oder so. Guck ich vor der Scherbenwelt. Okay. So. so funktioniert die quest also interessant manche quest sind echt lustig designt das ist ja besorgt gibt es doch schon hier er hat sich viele spieler davon kann ich war einfach schnell hochleveln und nur instanzen brennen die oder nur so ich bin jetzt hier mal so kommt allemal mit ich wusste mich hier so 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 selbstmordmäßig viel pullen eier quest beendet wunderbar hoch aber druide ist schon echt angenehm auch zum leveln so keine ahnung allein mit der fluggestalt macht es das schon tausendmal einfacher allein die sammelquests sind so entspannt damit man kann auch mittlerweile in der flugform lang sachen aufsammeln oder ja deswegen du brauchst gar nicht mehr rausgehen das ist halt echt total angenehm so eisensäge jenny eisensäge jenny auch ein cooler name was gibt denn am meisten gold so ich bin mal gespannt ich jetzt die quest abgeben kann oder nicht auch witzig immer wir hatten ja ich hatte ja schon lange keine folge mehr wo einer im team speak ist wenn einer im team speak ist egal wer auch wenn er nicht viel sagt da geht die zeit immer viel viel schneller rum man muss doch nicht immer was sagen man muss nur geschickt einkaufen manchmal ja das stimmt wir sind wirklich verwandt ich bin abonniert fragezeichen ausrufezeichen fragezeichen nein nein nicht abonniere so irgendwie irgendwie kann es sein dass das handy wackelkontakt hat inwiefern wackelkontakt ich hab sogar gar mein pc angeschlossen und irgendwie will er manchmal nicht und dann doch wieder okay ja das kann aber auch am usb kabel liegen nein das ist mein gutes ach so also bei mir hat es immer halbwegs gut funktioniert da weiß ich echt schon ne da kriegt man mal was geschenkt und dann weiß man schon wo man gespart hat ja ja nein gespart ja kein problem ich bin ganz happy max hat mir heute sein altes handy geschenkt ja mein gutes windows phone mein altes war nicht so cool ja was hat das nochmal gekostet mein altes ja das hat boah das war sogar relativ toll auch 150 oder so oha das ist ja richtig hochpreisig wenn ich überlege wenn ich überlege wofür ich hack dafür wenn ich mir für den preis hack zum windows phone kaufen würde würde ich schon was wirklich besseres bekommen ja das funktioniert oh mein gott ich hab pokémon auf dem handy oh geil ich bin der glücktes gemengst auf dieser welt so hier habe ich keine questen mehr oh mein gott das ist ja ich bin happy gerade ja das merke ich so ich fliege jetzt nach das hier ist ein so genanntes pokémon ich spiele da schon länger ich frage ich mich nur hat man hier auch irgendwo ne leertaste ach so wegen schneller machen ja oh keine ahnung das weiß ich nicht das weiß ich wirklich nicht da muss ich passen du ein junger oder ein mädchen ich bin veganer junge haha du musst du reinschreiben ich bin ich bin veganer haha mein name du schmackst coolen namen oder blöden namen ja hauptsache du gibst dem dem bösewicht einen scheiß namen ja das ist regelnummer eigentlich bei jedem pokémon spiel ja ach ich fliege jetzt zurück zum lager der winterhufe oh ich finde ja northrand von der gegend her echt total geil ne ja ist es ja auch das sieht einfach nur richtig fett aus da haben sie echt was schönes gesignt mhm aber ich freue mich auch äh auf auf cataclysm weil die gebiete sind auch echt cool ich fand das ähm hier ach unterm netherwirbel oder wie gesagt nochmal hieß tiefenheim tiefenheim fand ich so cool ja tiefenheim war auch echt cool da freue ich mich auch schon drauf na ob ich level 72 in der aufnahme noch schaffe ich meine wir sind schon bei 13 minuten äh ist ok ja nehm schon 13 minuten auf krass ne ja das ist unbelievable krass nicht das ist schon heftig ne ja ja so hier lager der winterhufe lol ne hier kann ich die quest auch nicht abgeben ich das ist ein bisschen komisch weil ich hab drei quests ab äh fertig da musste ich so vrykul und sowas umboxen und äh ich soll die angeblich in dem lager auch abgeben aber irgendwie kann ich das nicht weil der questgeber nicht da ist ich lese nochmal hier den quest text äh zerstückelt der held der winterhufe ok hab ich denn irgendwie ein item um diesen helden zu rufen oh gott ich muss erstmal ich muss erstmal verkaufen ich hab viel zu viel krempel haben wir denn hier ah ja so wir fangen mal an zu verkaufen das brauche ich eh nicht so die dörche können wir mal weg machen worgenschenkel schön lecker worgenschenkel in tomatensauce das ist schon eine feine sache eine worgenlasagne machen ja eine worgenlasagne genau bei pferdelasagne kann jeder ja ja wir machen worgenlasagne ich verkaufe hier wild erstmal alles achte aber drauf ich hab da bestimmt irgendwo ein quest item was mir achso was mir diesen helden denn äh herbeiruft ich hab den toku modus entdeckt jawoll gz aaa ok rätsel gelöst rätsel gelöst oh cool dann können wir die dann hab ich nämlich noch drei quest die ich abgeben kann ich hab hier so ne das ist auch echt blöd ne ich hab hier so ein so ein item im inventar womit ich dann nen helden rufen kann so diesen helden der winterhufe mit dem ich dann äh die quest abgeben kann so mhm jetzt bin ich glücklich ich kann wieder pokémon spielen ja das ist doch schön so drei quest abgeben mit swinger von scorn ah ok und jetzt können wir nochmal upsala jetzt können wir im lager der winterhufe nochmal ne quest ergeben und ich würde dann sagen wir machen dann an der stelle auch feierabend ich meine wir haben jetzt 16 minuten aufgenommen das ist schon ganz ja dann machen wir den schwanger minuten auf voll oder ach dann haben wir es so eilig dann haben wir schon ne runde klaren und so ja können wir eigentlich auch machen muss ich mir überlegen was ich da noch in den verbleibenden dreieinhalb minuten mache aber das kriegen wir ja easy ich sag ich mal ein bisschen mühe ok ja sorry ich streng mich ja schon an so was bekommen wir denn einen schönen anhänger brauche ich nicht was gibt denn die übliche frage was gibt denn am meisten gold oh wieder ne schöne kill quest das sind mir ja die liebsten da hat man wenigstens da hat man immer schön zeit und und kann ein bisschen drumherum schwätzen weil man sich nicht irgendwie groß konzentrieren muss das ist schon eine feine sache das stimmt das stimmt auch vor damals zu classic da musste man sich noch konzentrieren ja da musste man sich wirklich da wäre so ein wo w let's play glaube ich ähm nicht so einfach gewesen ach guck mal ich hab hier noch was was ich abliefern kann das machen wir doch mal glatt und dann haben wir nämlich auch die 20 minuten voll und die welt ist wieder in ordnung ja ja gut dass ich dich hab ne dass du mich immer so motivierst hehehe ich äh tu mein bestes ja das ist echt lieb von dir oh gott aber ich muss mittlerweile mal mein gespult reparieren weil dann hab ich ja wieder ein gutes mikrofon ja ach das mikro jetzt ist auch nicht schlecht so ja auf ein headset mikrofon ist das in ordnung ja das stimmt wohl ja du brauchst nur einen neuen äh stromadapter ne ja hast du schon mal geguckt ob du irgendwo sowas kriegst ja also vom herrschkeller selber sehe ich das nicht einbindenpreis das sei nämlich dieses gammelige propelnextile 30 euro kosten wüss ja ja und ich muss mal gucken das kippe aber bestimmt irgendwo ein bisschen preis günstiger ja bestimmt und das mit spurt hat 100 gekostet da kann auch das dieses blöde stromkabel nicht 30 euro kosten ja ja doch ja so wir nehmen jetzt hier die quest noch an ich hab hier hinten auch nochmal zwei quest gesehen die wir annehmen können oder drei gib mir quest ich will ganz viele quest haben wo war das denn ach hier ist auch ganz cool ich bin hier an so einer ausgrabungsstätte die artefakte des stehlernden tores oh gibt's ganz nette sachen und hier gibt's auch noch eine und ich glaube ich habe auch mittlerweile ne hm ich wollte grad gucken ob ich noch erbstücke hab die ich anlegen kann aber anscheinend ja gut ich habe noch einen ring aber den müsste ich aufwerten für level 60 ja ich meine das war ein bisschen gold oder ja das stimmt wohl das stimmt wohl ja dann könnte ich eigentlich mal dann bekomme ich auch nochmal 5% mehr ep gut dann kümmere ich mich drum dass der ring aufgewertet ist wir machen aber jetzt hier an der stelle feierabend ich sage danke an alex fürs dabei sein ja gerne doch immer wieder gerne und ja ich entlasse euch jetzt in die endcard wünsche euch noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal tschüss auf wiedersehen und bis zum nächsten mal tschüss Vielen Dank.